Das war wirklich sehr schön, ja? Jetzt nehmen wir deine Gitarre wieder an Siegfried. Wir haben keine Zeit zu sanieren. Punkt 11 ist ja ja Schluss, da müssen wir mal ein bisschen nachgucken. So, aber jetzt zeig mal Neuwied, was du wirklich drauf hast an der Gitarre. Du weißt schon hier, Posing, jetzt du, ja? Genau. Ja, man kommt mal rein, das ist das, das ist die Gute. Woe! WOOOOO! Das ist der Siegfried. 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 Das ist der Siegfried.